Allgäu mit einem Kälte-Botor-Landhaus. Die Kälte hat ein Kälte-Botor an einem Kälte-Botor gebaut. Mit einer großen Kälte da drüben. Und auf dieser Seite einen Kälte-Botor-Landhaus, der in die Triebe runter geht. Für die Kälte von einem Kälte-Botor und 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 einem Kälte-Botor. Die Farben in der Landwehrkasse oder bei den Landwehrkasse, die wir überlegen, waren bis zur zweiten Weltkrieg in der meisten Fälle durch den nur feurigen Tod gehalten. Das war unrechtlich. Wir waren erst so gut verabschiedet. Und damit waren die natürlich auch Holzschiff. Und wo wir die Kälte aufgemacht haben, weiß ich, zum Mittelfahrer der Beweiswärter anstrengen. Die anderen waren zwar bereits höher. Das könnte man natürlich immer bestellen, wenn man das haben wollte. Insbesondere für die Kälte-Botor und der Kälte-Botor-Botor-Botor, die hatten dann ihren eigenen Anstrengen. Aber das muss extra bezahlt werden. Interessant ist bei denen, wo er noch eine sogenannte Versammverfüllung hat. Das heißt, hier oben der Behälter sind die Wasser gefüllt, drücken wir uns in den Zylinderraum, in den Zylinder-Supfraum rein. Und wenn das heiß wird, fängt das jetzt nicht mal zu hoch, das könnte hier dringend gebraucht werden. Und er hat hier ein Wasser-Satz-Messer, ein Kühlmaus, der anzeigt, wie toll das da ist. Ich muss mal probieren, wenn es nicht mehr ist, wenn man ein bisschen stüttelt, wenn man allein ist. Verschied der Fahrer, wenn der Fahrer, wenn der Fahrer da noch weg ist, wenn der Fahrer da noch weg ist, wenn der Fahrer schon bald einhört, dann kriegt der Fahrer um, dass wir den Zylinder und den Zylinder-Kopf an und bringen keine Kühlung mehr. Also wenn wir hinten wieder zu kühlen werden, wenn wir jetzt erstmal wieder rauskommen, damit überhaupt die Kühlung kontrollieren. Danke schön! Danke schön!